Tag Leute, ich habe euch ja beim letzten Mal schon die neuen Sorten von Waterdrop gezeigt, beziehungsweise die veränderten Sorten von Waterdrop, aber nicht alle. Ich hatte in dem Video schon gesagt, es fehlen mir zwei beziehungsweise drei Sorten, die ich noch nicht probiert habe mit der neuen Rezeptur und das holen wir heute nach. Ich habe es genauso aufgebaut wie beim letzten Mal, dass ich jeden Drop in 600ml eiskaltem Wasser gepackt habe, damit das auch alles irgendwie gleich ist, wobei wir diesmal keinen Vergleich haben, weil zum einen waren Boost und Relax Sorten, die mir vorher absolut nicht geschmeckt haben, dementsprechend habe ich davon keine mehr im Haus zu vergleichen und Breeze war einfach so lange ausverkauft, vor allem die alte Sorte, als angekündigt wurde, dass sie neu gemacht wird, warum das Ganze erkläre ich gleich nochmal, dass ich davon auch leider keine mehr da habe, aber wir probieren sie trotzdem und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde heute nicht den Fehler machen, wieder ein ganzes Glas immer voll zu machen, sondern immer ein bisschen und wir starten direkt. Und wir starten mit Boost. Boost ist schwarze Johannisbeere, Holunderbeere und Acai. Wie gesagt, war vorher eine Sorte, die mir absolut gar nicht geschmeckt hat. Ich bin gespannt, wie es jetzt wird. Es ist auf jeden Fall nicht mehr so farbintensiv, glaube ich, wie vorher. Ich meine, ich habe es ein bisschen farbintensiver in Erinnerung. Und vom Geruch riecht es immer noch sehr ähnlich wie damals. Jetzt bin ich gespannt. Ja, kann man auf jeden Fall trinken. Es ist nicht mehr so intensiv, wie ich es in Erinnerung habe. Von vorher, vorher fand ich es wirklich sehr, sehr sauer auch ein bisschen. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Also tatsächlich ist das jetzt immer noch keine Favorit-Sorte von mir, weil ich allgemein nicht so der Rote-Beer-Typ bin. Aber prinzipiell besser als vorher. Machen wir weiter mit Relax. Das ist Hibiskus, Acerola und Himbeere. Ich bin ein riesen Himbeer-Fan. Ich bin allerdings jetzt sehr, sehr gespannt, wie es wird, weil das letzte Mal hat es mir nicht so sehr gut geschmeckt. Oder eigentlich gar nicht geschmeckt, weil Himbeere nicht wirklich vorhanden war. Ich bin gespannt, wie es diesmal ist und hoffe, dass Himbeere ein bisschen deutlicher zu schmecken ist. Sehr schön rötlich. Riecht intensiv. Ich kann aber ehrlich gesagt nicht sagen, wonach. Und geschmacklich ist es immer noch nicht mein Fall. Ich merke die Himbeere nur ganz, ganz schwach, so wie beim ersten Relax auch. Ich weiß nicht, was am meisten dominiert, weil ich weder weiß, wie Acerola noch wie Hibisco schmeckt. Aber ist immer noch nicht so mein Fall. Als letztes kommen wir zu Breeze. Und Breeze ist eine ganz besondere Sache, denn ich habe ja gerade schon erzählt, dass sie sehr, sehr lange ausverkauft war. Und das liegt einfach daran, dass Breeze ein recht außergewöhnlicher Geschmack war. Ich habe immer gesagt, es hat nach Gurkensalat geschmeckt. Denn es ist Wassermelone, Gurke und Thymian. Die Melone war nur ganz, ganz schwach, beziehungsweise eigentlich kaum zu schmecken. Es hat wirklich geschmeckt wie ein Gurkensalat. Und das fanden ziemlich, ziemlich viele Leute ziemlich gut. Genauso wie ich. Ich habe Breeze wirklich sehr, sehr gerne getrunken. Dann kam allerdings die Nachricht, dass die Rezeptur geändert wird. Und viele Leute hatten die Befürchtung, dass auch daraus jetzt eine süße Sorte gemacht wird. Was die andere Sorte halt, also was Breeze halt vorher nicht war. Ich habe die Befürchtung allerdings auch. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie es wird. Und ich hoffe, dass Breeze nicht süß geworden ist. Okay. Breeze ist weiterhin farblos, würde ich sagen. So wie es vorher auch war. Allerdings wüsste ich auch nicht so ganz. Also klar, hätte es rot werden können wegen Melone. Aber ja, ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel. Uh, ich ahne Böses, es riecht sehr, sehr stark nach Melone. Ich hatte das Gefühl schon, als ich den Drop da reingemacht habe. Als mir so ein bisschen der Duft von der Verpackung entgegen kam. Da hatte ich das Gefühl schon. Aber alter Falter, das riecht ordentlich nach Melone. Okay, sehr spannend. Ich finde, man schmeckt immer noch recht deutlich den Gurkensalat raus. Aber der Gurkensalat ist süßer geworden. Also das ist, man kann sich das wirklich so vorstellen, als wenn man Gurkensalat nimmt, schön mit Kräutern angereichert und dann einfach ein paar Melonenstücke reinpackt. Genauso ist es. Man schmeckt die Melone deutlich intensiver. Was heißt deutlich? Sie ist nicht übertrieben, aber man schmeckt sie deutlich mehr als vorher, weil sie vorher einfach nicht existent war. Man schmeckt sie jetzt deutlich mehr. Aber ich finde nicht, dass sie im Vordergrund steht. Also ich hatte wirklich die Befürchtung, dass die Melone ganz klar im Vordergrund stehen wird. Auch wegen dem Geruch tut sie aber nicht. Ich finde, es ist eigentlich eine ziemlich harmonische Kombination zwischen dem Gurkensalat und der Melone. Dementsprechend, ich mag das alte Breeze trotzdem lieber. Weil es einfach bitterer war, so ein bisschen. Halt kräutermäßig. Das ist jetzt deutlich süßer und geschmeidiger vom Geschmack her. Aber ich mochte das alte lieber. Aber ich finde, man kann Breeze immer noch gut trinken. Ich hatte wirklich die Befürchtung, dass Breeze aus meinem Sortiment rausfliegt. Aber man kann Breeze immer noch sehr, sehr gut trinken. Und ich denke, dass es vor allem für den Sommer eine richtig, richtig gute Sorte wird. Genug probiert. Ich wüsste jetzt gerne mal von dir, ob du die Sorten schon probiert hast und was du zu den Sorten sagst. Ich bin gespannt, was der Sommer so alles zu bieten hat bei Waterdrop. Ob vielleicht eine neue Sorte kommt. Das weiß ich leider nicht. Aber ich würde es mir sehr wünschen, wenn nochmal irgendwie was kommt. Vor allem, wenn nochmal irgendwie was Herberes kommt. Irgendwas, ja, Bittereres kommt. Weil das Line-Up ist mittlerweile sehr, sehr süß geworden. Defense wurde rausgenommen, wobei es nie meine Sorte war. Aber Defense war auch so ein bisschen herber. Breeze war halt so ein bisschen herber vom Geschmack. Allerdings, ja, wurden die Sorten jetzt entweder rausgenommen oder verändert. Ich bin sehr gespannt, ob wir für den Sommer vielleicht nochmal irgendwie eine herbe Sorte bekommen. Ich würde mich freuen. Ich habe in der Community auch ganz viel gelesen, dass das sehr gewünscht ist, dass es nicht nur süße Sorten gibt. Aber da müssen wir uns, glaube ich, einfach gedulden und abwarten, was da so kommt. Das war es für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Du kennst das Spiel. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dein Bär.